Moin! Ich dachte, es ist vielleicht mal Zeit für einen kleinen Rundgang, wie es der Stadt gerade so geht, wie es Noppenburg gerade so geht und was sich alles so verändert hat im Bauprozess und was noch so kommt und was noch so geplant ist und so. Ich habe ja hier schon mal ein bisschen gezeigt, vor allem die ersten beiden Module konnte man in dem, was hier eigentlich gerade los ist, Video so ein bisschen sehen. Hinten die beiden waren aber leer, da sind jetzt Sachen dazugekommen, vor allem der Berg und so. Fangen wir aber mal ganz hier vorne an. Das wird mal der Bahnhof, der wird hier ungefähr noch einen Meter weiter gehen, das ist das Set von Blue Bricks und ich fand irgendwie die Idee ganz witzig, dass Harry und Hagrid auf den Zug warten und von einem Dementor beobachtet werden. Die Signalanlage soll einigermaßen Sinn geben, wir können alle LEDs da drin ansteuern, das heißt wir können auch die entsprechenden Signale, so wie sie Sinn geben sollen, da anzeigen und so, dass der Zug dann eben fahren kann. Die Weiche ist auch steuerbar, dafür befindet sich hier in dem Haus, was man nicht sieht, weil da Steine drin liegen. Okay, ein Motor, sodass die Weiche eben steuerbar ist und ansonsten habe ich hier Gleisschotter gemacht, hier sind jetzt überall Teils unten drunter, ein paar Noppen, damit es ein bisschen hält, aber ansonsten eben geschütteter Schotter. Das fand ich auch, wenn man hier drüben guckt, irgendwie eigentlich ganz nett und sah ganz cool aus. Oberleitung, auch von Blue Bricks drüber gemacht, die ist so angepasst, dass die Krokodil, die da am Regal steht, am Ende noch drunter durchpasst und das Ganze noch einigermaßen gut aussieht. Man sieht auch, die Stromabnehmer von dem ICE, die in den Wagen halt auch weiter hinten kommen, dann irgendwann drunter passen und, und das ist schon das Erste, was man sieht, oder auch nicht sieht, aber in den alten Videos, fing der Tunnel ungefähr hier auf dieser Höhe an. Und der ist jetzt ein ganzes Stück nach hinten gewandert und das liegt einzig und allein daran, dass wenn wir diesen Zug hier mal durch die Kurve fahren lassen, sehen wir, wie weit der Held rausschwingt. Und ich musste einigermaßen gerade kommen, damit der ICE, beziehungsweise alle Züge, in den Tunnel einfahren können. Das habe ich jetzt also entsprechend nach hinten versetzt. Ist, glaube ich, kein großes Problem. Der Tunnel ist auch einen Ticken höher geworden. Ich habe ihn innen auch ein Stück mit Mauern ausgebaut, bevor es dann an ein Duplo übergeht. Können wir mal von der Seite mal einen Blick reinwerfen. Ist einfach ein Duplo-Gerüst und es tut aber, was es soll. Machen wir hier vorne erstmal fertig. Ein bisschen Wasser, ein paar Tiere, ein paar Freizeitsportaktivitäten, ein kleines Schilffeld und hier das Hausboot. Und man sieht schon, wenn man hier genau hinguckt, die LED macht ein paar Fotos. Das ist ja ein Knopfdrücker, den ich auch schon mal gebaut hatte. Den habe ich einfach wieder angeschlossen, aktuell ohne Knöpfe. Dazu komme ich gleich nochmal. Ansonsten halt hier so ein bisschen Badeparadies, Strand, wo sich jemand sonnt, kleiner Campingplatz bzw. kleine Badestelle. Und ansonsten sehr viel Grünzeug. Ich habe angefangen, ein paar Bäume zu bauen. Das hatte ich ja auch schon mal gezeigt und bin eigentlich auch ganz glücklich. Vor allem so, wie die jetzt hier drin aussehen, finde ich das eigentlich ziemlich nett. Und auch das Maisfeld, was ja schon existierte, ist hier rüber umgezogen. Man sieht jetzt auch, wie groß es noch werden soll, damit es noch cool aussieht, aber nicht zu viel wird. Ich habe die Vogelscheuche in die Mitte reingesetzt und der Mähdrescher fängt vorne an. Das hier ist der Versuch, so einen schwedischen Zaun nachzubauen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Man muss mal gucken, wie man es noch ein bisschen einbauen kann. Das hier ist auch noch nicht so ganz klar. Das könnte eine Art Bauernhof werden oder so. Schauen wir einfach mal. Wenn wir dann mit dem Baum hier weitermachen und ein paar Bienen um ihren Bienenkorb drumherum schwirren, dann haben wir einen Parkplatz. Und dieser Parkplatz geht in dieses wunderbare bunte Gebäude über. Das soll mal die Talstation der Seilbahn werden, die oben auf den Berg rauf fährt. Und ich habe heute mal mit ein paar Steinen hier versucht, so eine erste Gondel zu bauen. Das bunte ist natürlich noch nicht ganz und das hier oben natürlich auch noch gar nicht. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Soll auch ein Knopfdrücker werden, dass man die dann eben vom Tal nach oben und runter fahren lassen kann. Unten drunter Forstarbeiten. Den LKW hinten habe ich mir auch auf Bricklink bestellt. Der ist, glaube ich, aus 2016. Ich fand ihn aber sehr passend zu dem Forsttraktor und wollte ihn haben. Und hier soll auch ein Knopfdrücker werden, dass man den Baum per Knopfdruck fällen lassen kann am Ende. Bäume müssen noch gebaut werden. Kommen wir auch gleich noch mal zu. Und ich habe mal angefangen, hier einen Hochsitz zu planen, so ein bisschen noch in bunt. Der muss auf jeden Fall einen Ticken größer werden. Das ist gerade eine 4x4-Noppenfläche. Den werde ich wahrscheinlich auf 6x6 erhöhen, damit drin einfach ein bisschen mehr Platz ist und ein bisschen schöner vor den Proportionen passt. Aber finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe, war hier so Felsen bauen. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Es lag auch daran, dass ich einfach echt nicht so viele Teile hatte, wie ich gerne gehabt hätte. Hier sind zwei von den, ich glaube, es sind keine Burbs, aber diese Eckteile davon, diese Fertigteile von Dubrixx in dem Fall auch eingebaut. Ein bisschen ausdekoriert. Und ansonsten alles aus grünen Steinen gebaut. Aber wenn man da so Pflanzen drüber macht, hier diese mit den drei Blättern, dann finde ich, macht das schon was her. Noch ein paar Bäume dazwischen und dann sieht das eigentlich ganz cool aus. Hier oben von Brickworld der Sendemast. Den fand ich irgendwie ganz nett und habe mir die Anleitung deswegen besorgt und die Teile bei Bricklink besorgt. Und hier vorne so eine Glasscheibe als Blick ins Tal runter. Gucke ich nochmal, wie der ganze Berg wird. Der wird hier hinten dann noch so rumlaufen. Müssen wir dann mal schauen. Da soll eigentlich auch noch eine Burg drauf, so die Sparrenburg. Ob das so kommt, schauen wir mal. Dann gibt es hier den Flughafen. Da ist nicht so viel passiert. Das ist alles auf die neuen LEDs umgebaut von Bricksmax. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, dass ich die jetzt überall verwende. Das Postflugzeug, später auch ein Knopfdrücker. Das Gebäude ist noch nicht fertig, hängt auch noch an dem Batteriefach. Der Rest hängt schon an der Elektronik. Und vor allem habe ich in der Zwischenzeit mal am Flughafen in Frankfurt Töne von Flugzeugen aufgenommen. Damit, wenn man den Knopfdrücker drückt, das Flugzeug dann nicht nur blinkt, sondern eben auch die Töne abgespielt werden. Und der Flughafen ist auch, ich glaube, dafür muss ich einmal hier rumgehen, ein schönes Beispiel dafür, wie viel Technik hier drunter hängt mittlerweile. Gerade hier an Steuerungselektronik, an Kabeln, die ganzen Kabelkanäle voll, dass die ganzen LEDs gesteuert werden können. Jetzt muss ich doch wieder zurück. Hier drüben erstmal noch so ein bisschen provisorisch in 3D gedruckten Haltern die MP3-Module bzw. auch die Verstärker dazu mit Lautsprechern. Das sind diese schwarzen Kisten da an dieser Stelle. Da eben der Ton, der aus dem Flughafengebäude kommt. Und hinten gibt es nochmal einen, der dann nachher die Startgeräusche des Flugzeugs macht. Habe ich auch schon mal getestet. Klingt eigentlich ganz cool. Ich bin aber mittlerweile an der Größe, wo hier mein 600 mAh-Netzteil nicht mehr ausreicht. Wenn wir hier mal drauf gucken, der Flughafen braucht knapp 400. Da muss ich auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass ich Netzteile rankriege, die irgendwie funktionieren. Weiter soll es aber dann erstmal hier hinten eben gehen, den Boden zumachen, das Maisfeld fertig machen, den Wald bauen und die Seilbahn bauen, sodass die Gondel auch langfahren kann, ohne dass hier unten Bäume und so im Weg stehen. Da muss ich ein bisschen ausprobieren. Habe dafür aber mal ein paar Teile besorgt. Erstmal klettern, ein paar Steine schon mal für Berge. Dann bei Blue Bricks im Baunatal, ein paar Teile für Grasdeko, einfach wieder für Bäume. Bei Blue Bricks in Weiterstadt jede Menge, in Bright Green für das Maisfeld und verschiedene andere Teile, die einfach so zum Einbauen sind. Und hier bei Obi eine wunderbare Holzkiste besorgt und da mal die Elektronik für die Knopfdrücker eingebaut. Muss ich noch anschließen, das Kabel führt gerade noch ins Nichts, aber da kann man dann eben drauf drücken und dann lösen die entsprechenden Aktionen in der Stadt aus. Und hier sind schon noch Plätze für noch drei weitere. Das fand ich zum Basteln erstmal ganz cool, dass es die Kiste wird. Wird irgendwann natürlich nochmal was anderes, aber naja. Das wäre auf jeden Fall der aktuelle Stand zu Noppenburg und es wird wie immer peu a peu weitergehen.